Ich bin Gülsim und ich arbeite im Handel. Hi, ich bin Hagen, ich arbeite im Handel. Ich bin Sabrina Henschel, arbeite im Handel. Hi, ich bin der Hemmo und arbeite im Handel. Ich bin Martina Herbold und arbeite im Handel. Ich engagiere mich bei Verdi. Ich engagiere mich bei Verdi. Weil mit den Aktiven im Handel wächst auch die Jugend im Handel. Und die Jugend im Handel zu mobilisieren. Weil es mir Spaß macht. Weil Gewerkschaftsarbeit junge, motivierte Köpfe bauen. Weil wir gemeinsam mehr bewegen können. Herzlich Willkommen zum Bundeslund Fachkreis. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch du bei uns aktiv bist. Sprich uns an, komm vorbei und starte mit uns durch. Mein Name ist Franzi, ich bin bei Verli zuständig für die Jugendarbeit im Fachbereich Handeln. Und wenn auch du aktiv werden willst bei uns, dann melde dich bei mir.